so leute was geht ab und willkommen zu ortaku willkommen endlich zum manga update live stream ich glaube man merkt es mir ein bisschen an ich bin schon ein wenig nervös gerade ich habe nämlich jetzt sehr sehr lange nicht mehr live gestreamt ja ich habe zehn manga ich hoffe ihr habt bock auf das video es sind ein paar kranke manga dabei und eines dieser manga hat mich ein vermögen gekostet also den packen wir glaube ich als letztes aus mit welchen können wir anfangen ich überlege gerade das sind alle manga dich habe ich zeige jetzt gerade also nur die seiten sag ich mal damit ihr damit ich euch nicht spoiler so der erste manga mit dem ich anfangen ist demon slave und den habe ich mir ganz spontan geholt also ich war in der buchhandlung habe gar nicht überlegt was wir holen soll hat mich ein wenig umgeschaut und habe einfach die menschen geholt ich finde das sieht sieht schon cool aus keine ahnung worum es geht aber das titelbild sieht ziemlich ziemlich cool aus wo wir da zum nächsten man gekommen ja kommen dass das steht ja auch auch schon im chat zombie 100 band 2 ich fand den ersten band schon ziemlich interessant ich überlege gerade ob ich schon die vorliegen hier auspacken soll aber ich glaube ich werde mich da ziemlich ziemlich es geht um edgy schreibt jemand bei dem slave gott nicht ganz mein genre ich krieg zombie 100 gerade nicht auf naja auf jeden fall ich fand den ersten band ziemlich ziemlich fanny es war nice es war nice der erste band sehr viel action sehr viel edgy und esser fanny ich krieg grad zombie 100 band 2 nicht auf leute tut mir leid wisst ihr was soll ich dem manga doch lieber einfach zulassen soll ich dir einfach zulassen ok ich glaube ich lass zombie 100 erstmal zu gleich kriege ich die anderen besser auf den den zeige ich mal der sieht ziemlich interessant aus und zwar ok den kriegen wir auf jeden fall auf das einfach zum aufmachen und zwar ist es jagan ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen ich finde dieses titelbild also es es sieht einfach mega nice aus wie ich finde ja sieht ein wenig horror aus sag ich mal wenn man hinten mal schaut dass irgendeine kreatur abgebildet und auch bei dem manga keine ahnung worum es geht aber es sieht mega nice aus es sieht mega nice aus welche wie ich finde der ist der ist einfacher zum auspacken nice gut so da ist der manga ich hoffe die zeichnungen sind gut yo what the fuck es sieht sick aus es sieht übel sick aus also ich bin echt gespannt wie der sein wird ich bin echt gespannt was die story ist ich bin jetzt zu faul ich bin zu faul um die beschreibung zu lesen ja komm den packen wir mal als nächstes aus damit sind wir auch schon bei diesem manga firepunch ein extrem interessanter manga muss ich sagen auch sehr sehr kontrovers sehr kranke und harte themen und genau deswegen muss ich sagen es ist auch ein sehr interessanter man gar nicht für jeden etwas sehr sehr brutal sehr krank aber sehr interessant aber ich kriege den gerade auch nicht auf gott was ist das dem will ich aufbekommen den will ich jetzt gut gut habe ich geschafft ich habe es aufbekommen so wie sieht denn das rückenbild aus das feier ich bei den also was heißt ich feiere das bei den firepunch bänden es ist schon cool dass es so ein rückenbild gibt aber das halt beim lesen ein wenig anstrengend man muss das zumindest mache ich das so 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 lese ich das also hat dann die seiten so auf ich zeige jetzt lieber nicht zu viel bevor ich irgendwelche leuchte spoiler und ich bin wirklich wirklich gespannt wie firepunch zu ende gehen wird also es ist ein kranker manga es ist ein echt kranker manga es passiert sehr sehr viel und ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung in welche richtung das gehen wird vor allem da es nur acht bände sind und in diesen bänden da passiert schon mega viel ich bin deswegen sehr sehr gespannt wie der manga zu ende sein zu ende gehen wird so jetzt packen wir okay was mache ich als nächstes so solita massiv 6 die kamera ist gerade unscharf geworden ich hoffe das wird sofort wieder es sind schon sieben bände draußen und den siebten habe ich noch nicht was sehr schade ist denn solita massiv sehr sehr interessante reihe und ich habe ja solita vorher nicht nie geschaut ich erlebe das werk hier gerade zum ersten mal und deswegen ist es so interessant vor allem ich habe noch keine spoiler erfahren ich habe noch keine spoiler erfahren ich doch doch einen spoiler habe ich erfahren dem mit dem will ich jetzt aber nichts sagen natürlich aber sonst lese ich den manga sehr spoiler frei sage ich mal ab dem siebten band sind der manga und der anime unterschiedlich schreibt otaku mania ja genau also ich wusste jetzt nicht wann aber das wusste ich auch schon dass der manga und der anime weide ungefähr ab der hälfte soll so eine andere route gehen ja den anime habe ich nicht geschaut habe ich auch vor aber ich will erst den manga lesen ich will ich will erst den manga lesen und dann schaue ich den anime und dann schaue ich mal wie unterschiedlich die beiden werke sein wird also wie groß der unterschied ist und mal sehen was ich dann letztendlich auch besser finden werde ich glaube das wäre dann wenn ich beide werke durch habe also den so ita manga und den so ita anime ich glaube es wäre dann ein video wert zu sehen wie die unterschiede sind und welche bei welche werke welches oh gott welches werk ich von beiden gott hier gerade sprechen verlernt welches ich besser finde okay gut dann sind wir schon bei der hälfte fünf manga bleiben noch übrig welches packe ich jetzt aus okay ich glaube ich weiß was ich auspacke chainsaw man 4 chainsaw man 4 habe ich mir geholt ja chainsaw man sehr 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 nice sehr nice reihe ich muss sagen ich muss die ersten drei bände noch mal lesen keine sorge ich habe die schon durchgelesen ich muss die aber noch mal lesen dann noch den vierten band den vierten band dann den vierten band und zusätzlich den fünften band der fünfte der fünfte band ey der sieht der sieht mega nice aus wenn ich die beiden durchgelesen habe plus noch mal die anderen drei dann mache ich glaube ich eine manga review zu chainsaw man also ich habe bock auch der manga geht ganz ganz easy auf so da haben wir den ausgepackt und oh gott wie hieß der typ noch mal ich hab ich habe den namen vergessen so dann packen wir auch direkt den nächsten aus chainsaw man 5 ich habe mir direkt zwei bände geholt weil ich finde es ist nice reihe ich finde es ist eine sehr nice reihe es ich finde dass sie ziemlich ziemlich nice aus vor allem vor allem weil es so bunt ist so es bleiben nur noch es bleiben nur noch drei manger ich überlege gerade welchen ich welchen ich aus als erstes auspacken soll okay packt mal die aus dieser manga wurde mir sehr 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 oft empfohlen habe ich oft in den kommentaren gelesen und dann habe ich mir endlich 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 zugelegt und zwar ist es hell's paradise hell's paradise band 1 keine ahnung worum es geht aber ich habe mir den nur geholt weil ihr mir den so oft empfohlen habt packen wir dann auch mal aus auf jeden fall hell's paradise so es bleiben nur noch zwei manga und zwar yugioh das ist die massive edition ich hab die letztens ich habe die letztens ganz ganz zufällig ganz zufällig entdeckt ich wollte mir erst einen anderen manga holen dann habe ich mir doch ganz ganz zufällig den ihr geholt weil ich den entdeckt habe weil er nur 5 euro kostet und weil ich yugioh nie geschaut beziehungsweise gelesen habe sorry leute das ist ein bisschen traurig von mir ich habe yugioh nie gelesen nie geschaut naja mal sehen wie der sein wird dann sind wir auch schon beim letzten manga für heute das ding ist krass Berserk Berserk 1 also ist es 1 Berserk Band 1 die ultimate Edition für 19 euro ich glaube das ist der teuerste manga den ich mir je geholt habe aber es ist ein also es ist ein extrem fetter manga und Berserk habe ich nie geschaut beziehungsweise nie gelesen ich habe ich konnte also ich habe mit diesem werk bisher nie was angefangen nicht so richtig und Und ich war schon immer interessiert. Ich war schon immer interessiert an Berserk, aber nicht an dem Anime. Der alte Anime, keine Ahnung, ob der gut ist, keine Ahnung, ob der schlecht ist. Aber es gibt ja diesen neuen Berserk-Anime. Was heißt neu? Was heißt neu? Der ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Und ey komm, diesen Berserk-Anime, ich glaube, den kennt jeder. CGI ist nicht gut. Ist nicht gut. Gut, aber ich bin mir sicher, oder ich bin mir zu 100% sicher, der Berserk-Manga, der wird extrem krass sein. Vor allem bei den Zeichnungen. Die Zeichnungen, die sind krank. Die Zeichnungen sind heftig. Berserk ist ein übelst krank gezeichneter Manga. Ey, ich bin echt gespannt, wie das sein wird. Und oh, die Qualität scheint extrem gut zu sein. What the fuck? Das habe ich gar nicht erwartet. Also hätte ich erwarten können, aber ich bin gerade überrascht. Ich bin gerade sehr, sehr überrascht. Oh, ist das eine Folie, die in einer Folie... Ähm, ich check gerade selber nicht, wie das verpackt ist. Auf jeden Fall Berserk. Berserk, ultimative Edition. Hier ist so eine Folie. Kann ich die... Was heißt Folie? Kriege ich die irgendwie rauf, dass es hier runterrutscht? Das sind zwei verschiedene Teile. Also, dass der hier war um den hier herum. Und yo, die Qualität ist extrem nice. Oh, das fällt mir auch gerade auf. Wie nice das ist, wenn man den hier drumherum hat. Dann hat man diese ganzen Aufschriften. Dann hat man diese Berserk-Aufschrift. Dann hat man den Namen. Kentaro Miura. Dann hat man hier die ultimative Edition. Was aber extrem nice ist, wenn man dieses Ding abgemacht hat, hat man nur so diese Bilder. Ohne irgendeine Aufschrift. Ey, das ist doch... Das ist doch krank. Hier steht auch nichts. Einfach nur ein geiles Bild. Und hier... Oh, geht gerade nicht so überleuchtet. Auf jeden Fall ist so ein Schwert abgebildet mit einem Symbol. Bin auf jeden Fall gespannt, wie Berserk sein wird. Ich habe auch keine genaue Ahnung, worum es geht. Das Einzige, was ich aus Berserk kenne, ist diese Eclipse-Szene. Ich glaube, die solltet ihr wahrscheinlich auch alle kennen. Eine sehr, sehr, sehr kranke Szene. Aber auch eine sehr gute Szene. Ja, das waren alle Manga, Leute. Das waren alle Manga. Berserk ist jetzt der letzte, den wir ausgepackt haben. Also wollen wir nochmal alle durchgehen. Ganz schnell. Speedrun. Yu-Gi-Oh! Band 1 Hell's Paradise Band 1 Sorita Massive Band 6 Demon Slave Band 1 Zombie 100 Band 2 Jagan Band 1 Und es sieht immer noch krank aus. Also die Hand, what the fuck. Fire Punch 4 Chainsaw Man 4 Und 5 Und Berserk 1 10 Bände Mega krank. Ja, ich würde sagen, war ein niceer Stream, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr hier wart. Ja, ciao. Ich wollte mir mit, 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 ich wollte mir mit, mit, bubble. Das ist ein wenig bouncy. Ganz super. Die Hand. D autobiografischeileri.